So, Kulvun und ich werden jetzt versuchen, durch diese Pyramide zu kommen. Und diese Pyramide hat genug Fallen, um einen zu töten. Ich bin überleben. Kannst du mich schlagen? Ja. Siehst du, wir sind dann vorbei, Will. Du musst mich schlagen. Versuch, guck. Er ist nicht. Das ist eine Falle. Das wusste ich noch. Oben oder unten? Sollen wir oben oder unten lassen? Inne, mene, muh und raus bist du. Oben. Wow. Das war die erste Falle. Sind es der Quetscher? Oben können wir auch nochmal die Blut nicht machen. Hier ist jetzt ein Typ. Hier ist jetzt... Wo wollen wir? Wie lang? Oben kommen wir zurück, Eriksson. Kommt von oben. Oh, shit. Ich muss... Ich muss... Wir werden jetzt reingelaufen, wir werden im Raum eingefangen. Er gefangen. Ich muss, dass es eine Falle ist, weil das nicht Platz ist da oben. Wollen wir dann jetzt hier versuchen? Ich bleib hier drauf stehen. Wenn es eine Falle ist, dann können wir noch zurück. Ne, wir könnten hier wieder zurück. Hier ist doch eine Druckplatte. Funktioniert die? Ja, natürlich. Guck. Okay, was... Hier sind... Darf ich die Ruhe jetzt hin? Ach ja, stimmt. Brauchst du noch Richter. Wir müssen da hinten treffen. Okay. Huch. Ich hab den Feuer dann gesammelt. Dort ist Wasser. Nee, guck. Da könnten wir vielleicht noch mal... Wir haben den Schatz, glaube ich, gefunden. Da ist die Truhe. Ich war jetzt hier vom Perfekt... Da dürfen wir nicht lang. Da ist ein Draht. Also hier rechts, da kommen wir mit. Hier darfst du nicht weiter. Hier ist ein Draht. Das wäre eine Falle. Wenn wir den Abporten ziehen, dann ist das auch unverbrochen, oder? Oh, shit. Nein! Lull. Prost. Ja, moin. Du hast zwar nur eine Gasträne. Ich weiß nicht, ob das ein Schatz ist. Wir müssen uns ducken. James Bond. Du bist doch losgerannt. Warte mal. Hier kann man doch lang. Komm mal mit. Hier kann man lang. Hier kann man lang. Und hier ist eine Tür. Oh, hallo. Ja, richtig kranker Detektiv. Der Detektiv. Aber ich liebe diese Pyramide. Ich überlege mir mal, ob ich die vielleicht auch baue. Wir müssen auf jeden Fall zurück. Aber wo könnte dann der Schatz sein? Ich glaube, du hast ihn geholt. Ich glaube, du hast ihn geholt, aber... Äh... Ich bin überleben, aber ich habe kurz Flugrechte. Nur damit wir rauskommen. Wenn du in eine Falle fällst, dann ist auch kein Ausweg. Vorsicht! Junge! Hä? Ah ja. Dann muss ich uns noch mal wieder zum Pyramide bringen. So, Aufnahme geht weiter. So, fertig. Jetzt gehen wir oben lang. Ne, wir sind oben lang gegangen. Jetzt geht unten lang. Oh, ich kann gerade nicht sprinten. Ah, jetzt. Da ist eine Leiter. Woher kommen wir die hin? Was ist das denn? Also, darunter würde ich lieber nicht. Das sieht aus, als hätte der Godzilla hingemacht. Wo führt die Leiter hin? Och, ne, Digga. Einen schönen Applaus für Kulwin. Und ich bin am... Du hast den Schatz schon lange gefunden. Ich hatte keine Pfeile mehr. Spaß. Ich mach mich natürlich wieder überleben. Ja, die führt, die führt hier halt Dings hin. Die führt Dings hin. Ah ja. Wo ist das wirklich hier? Das ist ja. Da war ein Fackel. Da war ein Fackel. Wo ist ein Fackel? Hier ist überall eine Kacke. Hier ist überall eine Kacke. Hier hat Godzilla hingekackt. Boah, richtig geil. Es gibt hier keinen Ausweg. Hier wurde hingekackt. Überall wurde hingekackt. Ne, warte. Was ist das hier? Ich wurde erstochen. Ja, wie wird man gestochen? Ich kann gerade in die Pyramide gucken. Nochmal. Ach, Mann. Huch. Das Loch hab ich nicht gesehen. Ja, ich bin Berlin. Ja, ich bin Berlin. Das ist auch ein verdammter Stern. Hallo. Oh mein Gott, nein. Was hast du? Wo geht's weiter rein? Ich sehe diese heiße Drecke. Wo geht's weiter rein? Ich fahr jetzt nicht schien einfach nach oben. Ich fahr nach oben. Ich fahr nach oben. Äh, kannst du nicht die Pyramiden? Ja. Hier ist einfach nur... Was ist das Ende der Pyramide? Wollen wir den Schlangenkopf versuchen zu suchen? Habe ich schon. Nein, nicht den Schlangenkopf, sondern den von der Riesenschlange. Ach so, ja, okay. Das war's, Familie.